Die Autos, die Autos, unsere Freunde, die Autos, sie bringen uns fern, wir fahren damit gern, die Autos sind der Hit. Die Autos, die Autos, die großen und die kleinen Autos, sie fahren und sie brummen, keine Zeit, sie schlummern, sie helfen uns viel mit. Helferautos Das ist eine Form. Hier leben viele Nutz- und Geflügeltiere. Das ist der Hühnerstall. Die Eier werden eingesammelt und in den Laden gebracht. Der Krallenbagger legt die Eier vorsichtig in eine Schachtel. Das ist ein Pick-up. Er ist zu fahren gekommen, um die Eier zu holen und sie in den Laden zu bringen. Der Gabelstapler hebt die Holzpalette hoch und lädt sie in den Ladekasten des Pick-ups. Oh, eine der Schachteln ist aufgegangen. Und der Pick-up hat es nicht bemerkt. Oh nein, die Eier sind vom Pick-up gefallen. Zum Glück sind sie nicht kaputt gegangen. In der Schachtel fehlen fünf Eier. Eines liegt mitten auf der Straße. Autos, könnt ihr die Eier wieder einsammeln? Sie müssen alle wieder in die Eierschachtel. Das rote Auto hat das erste Ei gefunden. Schau mal, im Karottenbeet liegt auch ein Ei. Gelbes Auto, nicht so schnell. Werf einen Blick in das Schweinegehege. Prima, du hast es entdeckt. Das rote Auto sucht im Hühnerstall. Das Nest ist leer. Da ist ein Ei. In der Karottenkiste. Alle Eier sind wieder in der Schachtel. Der Pick-up fährt in den Laden. Und wo fahren die kleinen Autos hin? Schau mal, was der Gabelstapler gebracht hat. Bläser mit Wasser. Pinsel. Und Farben. Die Autos malen die Eier an. Lasst uns auch Sticker draufkleben. Dann sehen sie noch schöner aus. Ein Cupcake. Noch ein Cupcake. Eine Blume. Jetzt haben wir einen Korb voll kunter bunter Eier. Die Helferautos fahren wieder in ihre Garagen. Morgen werden sicher neue Aufgaben auf sie warten. Bis dahin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017